Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha, Moin und Matze. Ja, Servus. Ja, die drei voller Tagstelle sind wieder da, wach? Jo, ne? Seid ihr denn alle fleißig an Olympia gucken? Nein. Nein. Ich habe die Diskussion gestern miterlebt, ist sie eine Frau, ist sie keine Frau? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, danke, mehr will ich von Olympia nicht mitbekommen, ich hasse jetzt Menschen, fertig. Das ist ein alter Hut, uralt eigentlich. Apropos, da gibt es übrigens auch was Neues, nur so als Funfact nebenbei. Das japanische Komitee hat jetzt angekündigt, dass sie gegen Hasskommentare online vorgehen wollen, weil sie einfach schlicht und ergreifend die Schnauze voll haben. Finde ich gut. Ja, viel Spaß. Wir haben ja schon vor der Weile angekündigt gehabt, dass sie sich da ein bisschen mehr mit den Sportlern auseinandersetzen wollen, weil es war ja auch so ein großes Problem, dass vor allem weibliche Sportlerinnen da sehr unflätige Fotos von sich entdecken mussten, beziehungsweise dass da auch mit KI und Photoshop gerne nachgeholfen wurde. Und da hat man ja auch schon letztes Mal bei den Olympischen Spielen gesagt, dass da ordentlich auf die Fingerchen gehauen wird. Ja, es gab jetzt so eine Sache, da hat eine Judo-Car leider nur den vierten Platz gemacht und hat halt sieben Fotos von ihr umgegangen, wo sie halt auf der Matte sitzt und weint, was auch verständlich ist in meinen Augen. Und das, also sie wurde zerfleischt im wahrsten Sinne des Wortes online und das war so der Auslöser, dass sie jetzt gesagt haben, okay, es reicht jetzt einfach, wir gucken uns das jetzt ganz genau an und werden halt auch Maßnahmen ergreifen, also rechtliche Schritte einleiten. Und ich muss sagen, ich finde das auch gut. Es nimmt mittlerweile einfach, ja, das geht nicht mehr. Also beim allerbesten Willen, nee, das ist so aufgeheizt, also weltweit wohlgemerkt. Das ist ja jetzt nicht nur, dass es Japan trifft, es ist einfach unmöglich. Also die Leute, die halten sich, oder viele Menschen halten sich online einfach nicht mehr zurück und eskalieren da völlig. Das geht gar nicht. Es geht auch nicht wirklich um die Spiele, es geht nicht wirklich um den Sport, es ist das Spektakel und das, ja, das ist immer wieder das typische wie bei Fußballvereinen, ne. Mein Land trifft auf die anderen Länder, ne. Ja, aber auch so einfach online gegen diese Menschen vorzugehen, ich meine, ja, sie versuchen da ihr Bestes zu geben und außerdem sind sie bei Olympia, also das soll man erstmal hinkriegen, das ist gar nicht so einfach. Und dann so online diese großen Macker markieren, sorry, aber das geht einfach nicht mehr, es reicht und es wird ja allgemein immer schlimmer. Und ich finde es gut, was Japan da macht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ansonsten zu den Olympischen Spielen, ich interessiere mich null dafür, weil das ist einfach für mich ein aufgeblähtes Event. Das ist nicht so mein Fall. Ja, ich wünsche ihnen Erfolg, ich bin mal gespannt, wie die das anstellen wollen. Ja, das wird man dann sehen. Gut, würde ich sagen, steigen wir ein, wir haben ja heute wieder einige News, ne. Heute fangen wir mal nicht mit Politik an, das kommt gleich. Wir kommen erstmal zu Elektrokoffer. Ihr kennt doch bestimmt auch schon, also wenn ihr auf TikTok seid, kennt das garantiert, da gibt es dann immer so manchmal ein paar Filmchen, wo du dann so Influenter siehst, wie sie dann auf dem Koffer sitzen und der fröhlich durch den Flughafen rollt und sie ganz viel Spaß haben, weil man ist ja cool, ne. Die Dinger sind in Asien tatsächlich sehr beliebt, das Problem ist, durch den Einreiseboom, den Japan gerade erlebt, fahren da halt auch immer mehr Leute auf fahrbaren Elektrokoffern. Und das gefällt den Behörden überhaupt nicht, denn es gibt immer mehr Zusammenstöße, außerdem werden die Dinger gerne im öffentlichen Straßenverkehr benutzt und das ist in Japan verboten. Und jetzt ist es halt so, im Juni musste sich eine Chinesin als erste Person in Japan wegen unerlaubten Fahns vor Gericht verantworten und sie fuhr damals mit einer Elektrorolle auf dem Bürgersteig in Osaka, das fanden sie halt gar nicht witzig. Und jetzt ist man dazu übergegangen, die Menschen direkt am Flughafen zu warnen, Leute lasst es sein, ihr braucht hier einen Führerschein, Rückspiegel und vor allen Dingen einen Helm für die Dinger, sonst dürft ihr damit schlicht und ergreifend nicht fahren. Und gerade auch die Flughäfen versuchen halt wirklich das zu unterbinden, weil die einfach sagen, Leute, das geht nicht mehr. Was auch irgendwo verständlich ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine wilde Angelegenheit. Ich meine, wirklich notwendig ist der Elektroantrieb bei vielen dieser Koffern sowieso nicht, das sind kleinere Koffer. Das ist einfach nur ein Gag oder eine Werbemannung. Es kann schon praktisch sein, wenn die halt wirklich absolut überladen sind oder so. Aber manche Motoren da drin sind ja, also heute die Waldfee, die schaffen auch dann so 10 Kilometer pro Stunde, das ist schon ordentlich. Aber so sind die Dinger teuer, also die kosten ja ungerechnet so ab 599 Euro, kann man sagen. Das Problem ist halt eben einfach, es ist halt eben ein Gadget, es ist beliebt. Und naja gut, dann wird es halt genutzt, aber ich persönlich finde das total unnötig. Dieses Ziel muss man sich doch eigentlich so wie so eine elektrischen Kinderautos vorstellen, oder? Die haben doch in etwa fast so das gleiche Konzept. Eigentlich eine elektrische Rolle. Aber die kommen doch eigentlich über 10 kmh, oder? Ja, ja, die kommen drüber. Ich muss an diese kleinen Plasterautos für Kinder denken, die halt elektrisch sind. Die kommen, ich glaube, vielleicht knapp auf 10 kmh, wenn überhaupt. Ich glaube, die kommen vielleicht auf 3 oder 5 kmh. Die fahren dann definitiv langsamer. Aber es gab jetzt halt einige Zusammenstöße mittlerweile und es ist gut, dass man dagegen vorgeht, weil das kann verfluggefährlich sein, wenn man da nur als, ich sage jetzt mal, unmotorisiert unterwegs ist. Also ich hätte nicht gerne so einen Elektrorollerfahrer in der Ferse kleben. Was sehr interessant ist, über die News haben natürlich auch wieder andere Medien berichtet. Da wurde dann gleich Rassismus gegen Chinesen draus gemacht. Das fand ich also auch so, Leute, hallo, was zum Teufel? Darum geht es übrigens tatsächlich nicht. Nee, es geht tatsächlich wirklich darum, bei der Menschenmasse dafür zu sorgen, dass man nicht auch noch mit solchen Sachen zu kämpfen hat. Weil der Übertourismus sorgt ja bekanntlich schon für genug Probleme. Ich meine, das ist derselbe Grund, warum du mit einem Fahrrad oder mit einem Roller nicht durch den Flughafen rasen darfst oder durch die Fußgängerzone. Macht schon Sinn, ne? Ja, sie sind wohl sehr beliebt in China und da konnte man sich wohl die Schlagzeile Rassismus gegen China nicht irgendwie verkneifen. Ich habe auch keine Ahnung. Dabei ist es was ganz Menschliches, dass wenn du irgendein elektrisches Ding hast, mit dem du dich gegen Gondel tanzt, dass es sofort jeder ausprobiert. Richtig. Was wir für Zeugs alles hatten in den letzten zehn Jahren. Ich kann mich an die Namen von vielen dieser Dinge überhaupt nicht erinnern. Es waren nicht nur einfach diese Detrit-Brett-Dinger, die dann später zu den Elektroscootern wurden. Es waren auch so Dinger, wo du drauf balancieren musstest oder Einräder oder lauter Zeugs. Ja, die Teile, auf die man balancieren muss, sind doch in den USA extrem beliebt. Da irre ich mich da. Das kann sein. Also da gibt es ja haufenweise Videos drüber, wie die Leute auf die Schnute fliegen, auf den Teilen. Also ich würde mich da nicht rausstellen. Ich weiß ganz genau, dass ich nur mit gebrochenem Knochen da wieder runterkomme. Oder so ein Elektro-Segway ist doch auch immer noch so ein Ding, ne? Ah ja, stimmt. Die Dinger gab es ja auch mal. Also ja, also kein Wunder, dass sobald irgendwas mit zwei Rädern und Elektromotor da ist, dass sich jemand draufsetzt. Also das ist normal. Ja, es ist also, oh Mann. Ach Leute. Naja, was soll's. So, kommen wir zur Politik. Wo sind die Politik-Sachen? Ach da. Wir haben einen Skandal. Wer hätte das jetzt erwartet, ne? Ist schon wieder Montag. Ja. Oder es vergeht wirklich keine Woche ohne Skandal. Also, folgender Fall, die Staatsanwalt in Tokio hat die Wohnung der Abgeordneten Megumi Hirose besucht. Und laut den Ermittlern hat die Werte LDP-Politiker an Gehaltskosten für eine Sekretärin gelten gemacht, die allerdings gar keine Aufgaben erfüllt hat, also freundschaftsdienstechnisch. Und das kam natürlich nicht so toll. Das Ganze ist schon so, dass im März darüber in einer Zeitung berichtet wurde. Und ja, jetzt hat man halt gesagt, okay, wir gucken da jetzt mal genau nach. Das kann ja wohl nicht sein. Und damit hat der Premierminister wieder ein bisschen mehr an der Bagger, als er vorher schon hatte. Tada. Sie ist übrigens tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt. Also damals, als der Bericht rauskam, sagte sie, nö, nö, das ist so nicht. Nach der Hausbesuchung hat sie klein dort gesagt, naja, ich glaube, ich muss das mal prüfen. Aber die Dame hatte ja schon die Sache mit der Affäre mit einem kanadischen Saxophonisten und ein Zeitsiegen-und-Essen-Skandalchen. Also, wie gesagt, unbeschrieben ist sie nicht. Sie ist übrigens mittlerweile aus der LDP ausgetreten, aber das wird wohl wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich helfen. Das Kind ist im Brunnen gefeiert, wie man so schön sagt, ne? Ja, okay, die anderen Skandalen war für LDP-Verhältnisse ein Witz. Das war harmloser Unsinn. Die war mal harmlos, tatsächlich, ne? Aber jetzt hat sie halt, ne, Steuergelder sozusagen einer Bekannten zugeschoben, indem sie sie als, ja, Sekretärin, die hier wichtige Sachen gemacht, ausgegeben hat. Und das ist natürlich ein anderes Kaliber. Richtig. Wir nehmen noch Wetten an. Was passiert nächste Woche? Ich meine, es kommt auf an, wie viele Durchsuchungen jetzt noch laufen, ne? Ich habe keine Ahnung, das werden wir dann erfahren. Aber irgendwas wird garantiert wieder passieren. Ja, ich meine so. Es muss irgendwas passieren. Ich meine, wenn du suchst, dann findest du auch. Oh, ja. So sieht es aus da drüben. Also es ist schon interessant, dass jetzt tatsächlich eigentlich seit anderthalb Jahren ungefähr immer mehr auch gegen die LDP rechtlich, was unternommen wird oder gegen vereinzelte Politiker. Denn zu Arbeitszeiten wird das nie passiert. Also da haben sie trotzdem Blödsinn gemacht, aber da gab es nie Durchsuchungen. Nee, nee, aber es gab auch zu Arbeitszeiten, gab es doch schon ein Verfahren, oder? Er kam doch sozusagen auch so von einem Ausschuss wegen seinen Partys. Oder wurde es immer frühzeitig sozusagen eingestellt, diese Untersuchung? Gegen ihm wurde es eingestellt. Es wurde immer eingestellt, gell? Es ist ausnahmslos. Aber es wurde auch seitens der Medien nicht so hart darüber berichtet. Also sprich, die sind eigentlich mit der LDP sehr sanft umgegangen. Also man hat schon gemerkt, es gab da ein bisschen Angst vor Arbe. Bei Kishida ist es halt so, da merkt man, okay, da ist sogar die Presse der Meinung erst ein zahnloser Tiger. Ja, was eigentlich gut ist, wenn mal der Müll von der LDP nach vorne gekehrt wird. Ach ja. Ja, aber langsam wird es ein bisschen viel. Also muss man mal ehrlich sagen, es war doch jetzt wirklich seit Wochen immer LDP-Skandal. Skandal, Skandal. Schlechte Umfragewerte dazwischen, aber Skandal. Ja. Es ist so, es ist, ach Menno, langsam wird es langweilig. So, dann haben wir noch aus der Politik, dass Japan die Haushaltsrichtlinien für das Jahr 2025 gebilligt hat. Und zwar ist jetzt neu, Ministerien dürfen Mittel ohne genaue Beitragsangaben beantragen. Das heißt also, sie brauchen nicht mehr angeben, wofür sie es ausgeben, solange diese Mittel für das Lohnwachstum und für die Bekämpfung der Inflation gedacht sind. Okay, das wird natürlich niemals, von niemandem ausgenutzt, ne? Nein. Nein. Einfach Mittel beantragen, ohne vorher klarzumachen, wofür sie sind, ist ein gefährliches Rezept. Ja, das sieht man ja bei dem Verteidigungsministerium. Die machen das jedes Jahr. Da gibt es haufenweise Punkte, da steht überhaupt nicht drin, wofür das Geld ausgegeben werden soll, aber es wird trotzdem genehmigt. Es ist so, man geht auch davon tatsächlich aus, dass der Haushalt mal wieder über 100 Billionen Yen übersteigen wird. Das ist so wie im letzten Jahr, also sprich 600 Milliarden Euro auf jeden Fall. 2024 war es bereits der Rekordbeitrag von 114,39 Billionen Yen, also 690 Milliarden Euro. Dann war er ein bisschen weniger als das Jahr davor. Man wird also tatsächlich mal ein bisschen sparsamer. Wow. Ab Ende August nimmt das Finanzministerium die Anträge entgegen und dann werden die bis Ende des Jahres geprüft und dann irgendwann so nach Jahresende wird dann halt eben der Haushalt verabschiedet. Im Großen und Ganzen sagt man halt eben einfach, okay, macht mal, aber man möchte auch die Ausgabenreform beibehalten. Das heißt, die Regierung möchte allgemein ein bisschen sparsamer werden, denn man hofft ja immer noch, dass man 2025 den Haushalt ein bisschen ausgleichen kann. Das hat man halt nochmal extra bestätigt, was dazu geführt hat, dass haufenweise Experten wahrscheinlich lachend umgekippt sind. Ach Gott, das ist auch so ein alter Hut. Das Problem ist allerdings bei Haushalten, dass du dir nie wirklich sicher kannst, wie es dann am Ende aussieht. Das kannst du dir nicht sicher sein. Es wird immer nachgetragen. Es wird immer wieder extra Mittel bewilligt. Ja, also. Ja, wir müssen eigentlich ein Jahr warten, bevor wir das irgendwie beurteilen können. Also dieses Jahr war es ja auch, es gab ja schon einen Nachtragshaushalt. Der war allerdings auch nötig. Das brauchte man tatsächlich wegen dem Noto-Erdbeben. Man musste da ja sehr viel Geld reinpumpen. Wobei man leider mittlerweile sagen muss, das läuft nicht wirklich gut. Sehr viele, auch freiwillige Helfer klagen mittlerweile darüber, dass halt eben zu wenig Mittel zur Verfügung stehen. Und ja, die Maßnahmen, um die Region wieder zu beleben, einfach nicht vorankommen. Aber ja, es gibt halt immer einen Nachtragshaushalt. Das ist einfach normal. Hinzu kommt ja auch, dass die Staatsausgaben von Japan in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. Es gab ja Pandemie. Dann haben wir das Problem mit der Inflation. Da wird ja immer sehr viel Geld in die Hand genommen für. Außerdem, man kämpft ja halt mit der raschen Alterung der Bevölkerung. Und man hat ja noch das Problem mit den Verteidigungsausgaben, die man ja extrem erhöhen möchte in den nächsten fünf Jahren. Also sprich, das steigt ja auch immer weiter. Das heißt also, die Sache mit den Primäreinnahmen, also sprich, was den Staatsausgleich angeht, da geht es ja nicht darum, die Verschuldung zu stoppen, sondern halt eben einfach mehr Einnahmen als Ausgaben zu haben. Schwierig bis gänzlich unmöglich, weil einfach die Kosten immer weiter steigen werden. Aber es gibt halt immer weniger Beitragszahler. Ja. Das ist halt so ein Teufelskreis, ne? Richtig. Also klar, natürlich ist jetzt, die Inflation drückt ja auch nochmal. Das heißt also, bei den großen Unternehmen ist es halt dann auch so eine Sache, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mit Rekordsteuerannahmen müssen wir nächstes Jahr mal nicht rechnen. Hm, ich meine, ein bisschen, nicht unbedingt positiver Optimismus, aber ein bisschen bessere Aussichten erwartet ja Japan fürs nächste Jahr, finanziell und wirtschaftlich und etc. Auch den Inflationsindex haben sie jetzt ein bisschen niedriger runtergesetzt. Aber ganz ehrlich, ich könnte immer noch nicht sagen, ob dieser Haushalt zu sparsam ist oder ob er gerade so ungefähr passt oder ja, ob er sowieso nichts aussägt, weil sie sich eh einen riesengroßen Puffer frei halten für Nachträge. Das wird man halt wirklich tatsächlich Ende des Haushaltsjahres sehen, das dauert ja noch ein bisschen. Dann gibt es ja so die große Schlussabrechnung. Es gibt aber noch eine andere Sache, die natürlich auch ordentlich reinhaut und das ist eine Leitzinserhöhung. Denn die Bank of Japan hat diese Woche tatsächlich den Leitzins um 0,25% erhöht, auf 0,25% erhöht. Das ist die zweite Erhöhung mittlerweile innerhalb dieses Jahres und seit 17 Jahren überhaupt mal eine Erhöhung. Wenn man es genau nimmt. Das macht natürlich die Schuldenrückzahlung auch teurer und kann auch tatsächlich die Inflation noch mal kräftig anheizen. Also so ganz glücklich ist man damit nicht. Aber auf der anderen Seite sagt die Bank of Japan halt, naja, okay Leute, aber wir haben halt unser Inflationsziel von 2% erreicht, begleitet von einem Lohnwachstum, wir müssen das machen, um halt auch die Wirtschaft zu stabilisieren und so weiter und so fort. Das ist halt auch noch so eine Sache, naja, schwierig. Ich meine, es ist eindeutig klar, dass die ganze Welt die Schnauze voll hat von diesen Wirtschaftsproblemen, die wir hatten in der letzten Zeit. Naja, sie sind halt immer noch da, aber Schnauze voll haben ändert ja nichts daran, dass sie auf einmal verschwinden oder so. Das passiert ja blöderweise nicht. Es kommt ja Bewegung hier rein, es wird irgendwie justiert, nur die Frage ist wirklich, ändert sich da groß was dran? Wird das jetzt besser endlich? Glaub ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also man hat es gesehen, die Zinserhöhung kam, der Jan ist weiter gefallen. Also der hatte mal ganz kurz einen kleinen Sprung nach oben gemacht, dann ging es wieder steil nach unten. Die Börse sieht in Japan auch nicht unbedingt gerade sehr gut aus. Momentan ist auch ein bisschen die Angst, dass was in der USA passiert. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wir haben momentan Trump, der Dummschnacker vom Herrn und einen ziemlich ekligen Wahlkampf. Die Politik vermittelt keine Sicherheit weltweit tatsächlich. Das ist egal, in welchen Land man schaut. Ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel. Wir haben ein paar Politiker, die versuchen irgendwie alles ein bisschen so in die Reihe zu kriegen, auch Sicherheit zu vermitteln. Aber dann haben wir leider dummerweise einen ganz, ganz großen Haufen Politiker, darunter die Hälfte der Opposition, die eigentlich nur Blödsinn labern und alles andere als Stabilität vermitteln. Das drückt die Wirtschaft natürlich, weil man muss mal ehrlich sein, gerade jetzt, wo alles so unsicher wirkt wegen Krieg und sonst irgendwie was, und dann hast du da halt eben noch Politiker, die Signale geben, alle, ja, was die machen, ist eh alles falsch, alles scheiße, Deutschland ist am Abgrund, etc. Blah, das ist ja so der Standard-Tenor. Das drückt natürlich auch das Konsumverhalten, weil die Menschen halt vorsichtiger werden. Und das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Und das ist in Japan leider nicht anders. Das ist auch in den USA nicht anders und so weiter. Und das macht sich halt eben in der Wirtschaft natürlich bemerkbar. Und Japan hat ja durch den schwachen Yen mit immer weiter steigenden Preisen zu kämpfen. Also sprich, da gibt es noch keine Signale, dass sich halt eben die Inflation langsam abbremst oder irgendwie so. Sondern es geht halt einfach weiter bergauf, was die Preise angeht. Gerade Lebensmittelpreise tatsächlich. Und das merkt man halt auch im Konsum der Menschen. Insofern ist es halt so eine Sache, ob man da die Zinsen erhöht. Also ich bin jetzt kein Finanzfachmann, das halten wir kurz fest. Aber manchmal ist eine Erhöhung der Zinsen vielleicht nicht ganz so toll. Ach gut, ja. Ich denke mal, das Problem liegt einfach woanders. Wir sind im Moment alle viel zu sehr zerstritten und polarisiert. Es könnte mal echt ein bisschen Ruhe in die ganze Sache reinkommen. Wird aber nicht passieren. Es ist halt leider so. Weil ich weiß nicht, momentan oder seit der Pandemie eigentlich geht es immer nur darum, sich zu zerfleischen, dann der große Austausch, Blaselsblub. Die Medien spielen auch völlig verrückt. Also momentan ist es wirklich total durcheinander und anstrengend, finde ich. Ja, das mag sein. Aber das heißt nicht, dass die Fortschritte ausbleiben. Nein, natürlich nicht. Wir kommen auch an einigen Stellen voran. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Wäre schön, wenn das halt an vielen Stellen wäre. Aber gut, irgendwann wird es bestimmt auch wieder ruhiger. Na, hoffentlich. Es ist ziemlich anstrengend, immer nur darüber zu reden und das auch nur dauernd zu hören, oder? Richtig. Aber leider haben wir noch eine Krise, über die wir sprechen müssen. Und die Krise ist wirklich schlimm in Japan. Also ohne Witz, das ist Horror pur. Aber nee, das ist kaum auszuhalten, finde ich. Denn, also man muss ehrlich sagen, ich finde eine Orangensaftkrise wirklich eine Katastrophe. Komm, die Einleitung war gut. Komm, gib zu. Die Einleitung war jetzt richtig gut. Nein, also jetzt war scherz beiseite. Japan hat tatsächlich eine Orangensaftkrise. Also es ist halt wirklich das Problem, dass einheimische Hersteller, die ihre Produktion drosseln oder tatsächlich auch stoppen müssen, einfach wegen steigender Preise und vor allen Dingen wegen Ernteausfälle. Es ist so, dass laut der Japan Food Juice Association die Importpreise pro Liter Orangensaft von 267 Yen, circa 1,60 Euro, im Jahr 2021 mittlerweile auf 491 Yen, also 2,95, sich fast verdoppelt haben. Hauptursache schlechtes Wetter, Ernteausfälle durch befallene Bäume. Und Brasilien, das ist ja der weltweit größte Orangensaft- oder Orangenproduzent, der macht halt die Hälfte der japanischen Importe aus und der hat jedes Jahr aufs Neue mittlerweile mit sehr schweren Ernteausfällen zu kämpfen. Wir hatten da einen interessanten Kommentar auf Facebook von jemandem, der in der Saftbranche arbeitet, hier in Deutschland und der hat das halt tatsächlich auch bestätigt. Das ist halt böse, dazu kommt der schwache Yen, der macht ja die Importe noch teurer und damit verschwinden halt immer mehr Produkte vom japanischen Markt. Denn auch die Lager sind leer, es ist einfach nichts mehr da. Leer. Ich meine, wir haben da schon öfters was mitbekommen. Bei uns tut es immer noch so richtig böse weh, wenn du zum Olivenöl guckst. Ja. Es ist einfach, die hat es ja auch erwischt von der Ernte. Das waren ja nicht einfach nur, ach die Welt ist alles teurer geworden und Inflationen, bla bla bla. Nee, das waren Ernteausfälle, heftigste Ernteausfälle. Dinger, die man noch nicht gesehen hat in was ist, ich wie viele Jahrzehnte. Und ja, es ist halt noch nicht vorbei damit. Es ist im Moment richtig, ich muss auch sagen, mein eigener Garten, der sieht scheiße aus. Naja, man muss jetzt leider, was heißt leider, man muss in der Hinsicht sagen, Klimawandel lässt nochmal grüßen. Ja. Also, der ist halt da, dagegen kann man meinetwegen gerne sagen, nee, gibt's nicht, ist normal. Gut, aber trotz allem sind die Folgen halt spürbar und das geht jetzt nicht nur um Hitze, da kommen wir übrigens auch gleich noch zu. Sag mal, es macht sich halt auch in Sachen Ernte und so weiter bemerkbar. Und Klimawandel bedeutet übrigens nicht, dass es überall super warm wird, sondern halt auch mehr Regen, etc. Und zu viel Regen ist auch nicht gut, das merken übrigens gerade unsere Bauern, die jetzt nämlich kräftig darüber klagen, dass es zu feucht war und deswegen die Ernte mies wird. Und tja, miese Ernte für zu höheren Preisen, das ist nun mal leider das Ergebnis aus dem Ganzen. Man hätte sich seit Jahren vorbereiten können, aber ja, wollte man halt nicht und nur hat man den Salat. Und in Japan hat man halt den Salat eben wegen dem Orangensaft. Also nicht nur, da gibt's tatsächlich noch was, denn auch beim Reis sieht's ein bisschen böse aus. Mh, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen schmerzhafter als der Orangensaft, auf den Körper verzichten. Ja, das ist im Notfall ja, wobei Orangensaft ist in Japan erstaunlicherweise sehr beliebt, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich hab mir mal die Zahlen angeguckt und wow. Nein, tatsächlich ist es so, dank den gesamten Hitzewellen, die Japan ständig erlebt, hat man eine Reisknappheit im Moment. Ähm, denn die Hitze in den vergangenen Jahren hat zu einem Rückgang der Produktionsmenge geführt. Und auch da haben einige Supermärkte im Land bereits begonnen, die Abgabemenge einzuschränken, um halt Panikverkäufe zu hindern. Und dann kommt noch hinzu, man hat ja noch den Tourismusboom, tja, und da steigt die Nachfrage logischerweise auch an. Das macht das Ganze nicht gerade besser. Also hat man steigende Preise, weniger gerade aktuell im Angebot. Ähm, die Knappheit wird jetzt bald aufhören, weil ja die neue Ernte kommt. Aber die steigenden Preise werden wahrscheinlich bleiben. Hm. Also im vergangenen Jahr wurden 6,61 Millionen Tonnen Reis in Japan geerntet. Das sind schon mal 91 Tonnen weniger als im Vorjahr. Ähm, in diesem Jahr wird mit einer Ernte von 6,96 Millionen Tonnen gerechnet. Äh, tja, Bauern sagen aber was anderes, denn da heißt es, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Und die Schätzung ist übertrieben. Hm. Hm, ja, okay. Schwierig. Aber Reis ist schon seit vielen Jahren in Japan auf einem absteigenden Ast, ne? Da wird ja auch immer wieder mehr importiert. Das Problem ist, die Importpreise gingen jetzt halt auch auf die Schnute wegen dem schwachen Yen, ne? Richtig. Und das teuer ist natürlich auch nicht so toll. Hm. Denn Reis ist halt ein Grundnahrungsmittel, eigentlich eines der günstigsten Grundnahrungsmittel. Und, ähm, das macht sich natürlich gerade bei Menschen, die nicht so viel Geld haben, extrem bemerkbar. Ja. Man muss dazu sagen, Reis hat an Beliebtheit verloren. Das hat halt die Produktionsmenge gesenkt. Dazu kommt auch, dass viele Bauern Probleme haben mit, hey, wir bräuchten langsamer Nachwuchs, weil wir würden gerne in Rente gehen. Äh, okay, jetzt können wir nicht mehr, wir gehen in Rente. Und dann, äh, ja, ist der Hof halt dicht. Weil es einfach, ähm, äh, keinen Nachfolger gibt. Ähm, das hat natürlich die Menge gedrückt. Aber dass sie, also dieses Jetzt-Drücken ist halt wirklich tatsächlich mit, äh, Hauptgrund Klimawandel und wie gesagt Touristen-Boom natürlich. Ähm, und viele Restaurants gehen jetzt auch tatsächlich darauf, über Reis zu importieren. Sagen aber auch, tja, schön, aber dafür ist die Qualität nicht mehr ganz so toll. Ähm, die ist natürlich nicht so schön. Das eine könnte man vielleicht lösen, also mit dem Nachwuchs. Man muss das halt attraktiver machen, Subventionen, bla, bla, bla. Aber gut, den Klimawandel, den kann man halt einfach nicht sagen, hey, könntest du mal eine Pause machen? Unsere Ernte würde sich gerne mal erholen, ne? Das funktioniert halt leider nicht so. Nee, das, glaube ich, geht nicht. Wäre schön, wenn man mit ihm reden könnte, aber das wäre wahrscheinlich nichts. Aber, was will man machen? Der Klimawandel ist nun mal da und das erlebt Japan übrigens gerade wieder ganz aktuell. Denn Japan hat, äh, eine Hitzewelle mal wieder. Ist jetzt nichts Neues. Was aber neu ist, ist, man hat den heißesten Monat in der Geschichte des Landes erlebt. Dieses Jahr. Letztes Jahr war es schon ein Rekordmonat. Dieses Jahr war es noch schlimmer. Und allein am 31. Juli wurden bis zu 41 Grad in einigen Regionen gemessen. Das ist ganz knapp unter der Rekordtemperatur gewesen, die bisher gemessen wurde. Und das ist alles andere als schön. Dementsprechend steigen leider auch die Meldungen über Menschen, die wegen einem Hitschlag ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Das werden nämlich immer mehr. Irgendwann muss man sich kulturell wirklich daran orientieren, wie andere Länder, bei denen es sowieso schon immer heiß war, damit umgehen. Und alle müssen so einen Siesta-Rhythmus adaptieren. Ja, irgendwann tatsächlich. Also es wird ja auch bei uns schon drüber nachgedacht. Es gibt ja so einige, ich sage jetzt mal Experten, ich habe keine Ahnung, wer das ist, die halt so eine Diskussion anstoßen, ob man darüber mal nachdenken sollte. Weil ja, bei uns ist der Sommer dieses Jahr ein bisschen durchwachsen. Wir haben ja gerade dieses El-Nina-Phänomen, was wir gerade abbekommen. Aber schauen wir mal zum Beispiel nach Italien rüber. Prost Mahlzeit. Ja. Also die glühen richtig. Vor allen Dingen, da gab es ja diese Woche die Meldung, dass es kurz vor Rom brennt oder in Rom brennt und so weiter. Das ist wirklich heftig. Natürlich werden die Brände immer noch jetzt nicht durch die Sonne ausgelöst. Das halten wir kurz fest. Das ist entweder Brandstiftung oder Kabelbrand oder sonst irgendwie was. Aber natürlich, wenn es trocken ist, brennt es umso besser. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Dazu kommt, dass in weiten Teilen Europas Bauern wirklich darüber klagen, dass sie einfach auch gar kein Wasser mehr haben. Und das vernichtet natürlich Ernte ohne Ende. Ich überlege mir, ob es in Japan eigentlich im Durchschnitt noch besser aussieht, als wenn wir jetzt dieselben Temperaturen hätten, weil in Japan halt Klimaanlagen weiter verbreitet sind. Auch wenn es andere logistische Probleme hat, wie Strom und Wartung. Naja, also das Problem ist halt, man kann sich nicht hundertprozentig vor der Hitze schützen. Das geht schlicht und ergreifend einfach nicht. Ansonsten würde auch nicht so viele Menschen umkippen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist halt so, alleine in Tokio wurden zwischen dem 1. und 28. Juli 3647 Menschen wegen einem Hitschlags ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist deutlich mehr als im letzten Jahr. Ja, es sind auch mittlerweile schon deutlich mehr Menschen an Hitschlag gestorben als im letzten Jahr. Also das heißt, man kann sich gar nicht zu hundertprozentig schützen. Dazu kommt auch, dass die Energie in Japan sehr teuer ist momentan. Und viele schalten halt schon die Klimaanlage gar nicht mehr an, weil sie einfach das Geld dafür gar nicht haben. Das ist ein ganz gewaltiges Problem. Ja, irgendwann müssen wir in andere technische Bereiche da investieren. So ein richtiges Science-Fiction-Kram, wie das, ja, wie soll ich sagen. Es gibt ja verschiedene Ideen oder Konzepte, wie man die Wärme, die Hitze wieder reflektieren kann. Also von den ganz abstrusen Dingen, wie zum Beispiel einen riesigen Spiegel in die Umlauf. Ja, das ist aber wirklich Science-Fiction pur, muss man ganz ehrlich sagen. Das Problem ist aber halt auch in Japan, dass gerade in städtischen Gebieten, die sich extrem stark aufheizen, weil man halt eben einfach die Kühl oder vergessen hat, für Kühlung zu sorgen. Das ist jetzt in Tokio, man sagt ja, Tokio ist ja sehr grün und so weiter, aber das ist ja auch nicht überall so. Und das ist vergleichbar, ja, zum Beispiel wie in meiner Stadt. Also hier heizt sich das halt unglaublich auf, weil man einfach vergessen hat, hey, da leben auch noch Menschen, die könnten sowas vielleicht gebrauchen. Asphaltbatterie ist Asphaltbatterie und bei einigen Stellen kannst du nicht einfach alles überdachen. Nee, es geht gar nicht nochmal ums Überdachen, sondern halt auch mal Bäume hinstellen zum Beispiel. Das würde auch schon helfen. Also für ein besseres Klima allgemein zu sorgen, das ist halt wirklich sehr stark untergegangen. Auch wieder egal, wo man hinguckt, das ist jetzt nicht das Phänomen von japanischen Großstädten oder so. Und jetzt hat man halt den Salat, weil man merkt halt eben, die Temperatur in Japan steigt an allgemein im Sommer definitiv, im Winter ja mittlerweile auch. Ja, man ist halt einfach unvorbereitet beim, nee, würde mal anders, man rennt halt einfach weiter unvorbereitet in den Klimawandel rein. Und der wird halt immer schlimmer. Das ist statistisch zu sehen, das sagen eigentlich alle Daten. Und man hat sich nicht darauf vorbereitet. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil es, wenn es immer schlimmer wird, wird es für die Menschen immer unerträglicher. Das ist nun mal leider Fakt. Ne, der Schaden wird irgendwann kommen, ne? Ich meine, der Schaden ist ja schon da, ne? Ja, okay, der Schaden ist schon da. Er ist nur noch nicht so schlimm, dass es dort trifft, wo es halt wehtut, beziehungsweise die Leute, die wirklich Einfluss irgendwie hätten, weil ich meine, der kleine Mann im Prinzip, das ist egal, ob wir jetzt Plastikflaschen sammeln oder so in Solarzellen aufs Dach stellen, das macht im Prinzip keinen Unterschied mehr heutzutage. Und die Inflation hilft da auch nicht wirklich, da die Meinungen zu ändern. Ich meine, ihr kennt ja den Gag von wegen, ach, was kann eine Banane schon kosten, 10 Dollar? Ja, ja, ja. Aber das Traurige ist, dass halt die Leute, die halt wirklich die Macht dazu hätten, was zu verändern, tatsächlich so verblendet sind, ne? Ja, es ist aber auch ein bisschen Bequemlichkeit, muss man sagen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Elektroautomarkt in Japan anschaue, Elektroautos sind zwar in Kommen, aber der Markt ist unglaublich klein. Klar, gut, die Ladeinfrastruktur ist auch unglaublich beschissen, das muss man auch dazu sagen. Aber gerade in einem Land, wo ja die Infrastruktur oder die Bahninfrastruktur wirklich ziemlich gut ist, also gerade im Vergleich mit Deutschland, muss man jetzt mal ganz ehrlich sein, das ist Goldstandard und wir sind hier unten irgendwo bei, ich weiß nicht, das ist noch nicht mal Blechstandard. Es fährt irgendwie manchmal, wenn man zu irgendeinem Gott betet und halt zwei Tage vorher losfährt, ne? Ich warte übrigens tatsächlich noch auf die Nachricht, dass irgendwann Passagiere gebeten werden, einen Zug zu schieben oder so. Irgendwann kommt diese Nachricht, es ist so fürchterlich. Hinzu kommt, in Japan ist der Verkehrsminister nicht ganz so unfähig wie grundsätzlich den, den wir immer abbekommen. Also wir haben ja seit Jahren nur unfähige Volldeppen da, die eigentlich Geld kosten und das war's dann. Ja, Zwissing ist ja auch gerade wieder die Krönung der politischen Schöpfung, muss man ganz ehrlich sagen. Also ohne Witz, ich hab selten so eine Vollpfeife erlebt und selbst Scheuer fand ich nur halb so schlimm wie Zwissing aktuell. Und das soll was bedeuten, weil Scheuer war wirklich eine totale Vollpfeife. Aber das Ding ist halt einfach, trotz allem fahren halt sehr viele Leute zum Beispiel immer noch Auto. Klar, im ländlichen Bereich kann man sich jetzt sowas streiten, braucht man ein Auto, braucht man kein Auto und so weiter. Da braucht man es wahrscheinlich hier und da dann doch. Aber trotz allem ist halt der Verzicht oder der Umstieg auf ein Elektroauto in Japan einfach in vielen Köpfen gar nicht drin, was eigentlich sehr schade ist. Man hätte das Ganze gleich fördern können. Auch natürlich in der Hinsicht, die Autoindustrie in Japan zu fördern, denn die hat jetzt nämlich das Problem, dass, oh shit, da sind ganz viele Chinesen, die dominieren jetzt herzlichen Glückwunsch den Markt. Man hat also genauso wie bei uns total gepennt. Nur, Japan hat einen kleinen Vorteil uns gegenüber. Wir haben Gott sei Dank, oder die haben Gott sei Dank nicht so viele Politiker, die irgendwie, weiß ich nicht, gerne an Auspuffen nuckeln. Ich hab keine Ahnung. Ich kann mir das hier in Deutschland bei der Politik übrigens mittlerweile nicht mehr erklären. Aber es ist halt einfach so, der Mensch kann mit seinem Verhalten schon ein bisschen zumindest was tun. Die Politik muss mehr tun, ja. Und es ist fürchterlich, dass da nichts passiert. Außer immer so die Nachrichten, ey, es ist was passiert und dann hörst du, ja, wir müssen was tun. Und mehr hörst du eigentlich mittlerweile gar nicht. Wobei ich mich bei Japan beim Thema Elektroautos frage, ob es einfach mangelndes Vertrauen ist bei der Bevölkerung oder einfach nur Unwissenheit, weil es einfach nicht promotet wird. Ja, du musst die Politik halt ein bisschen mit einrechnen. Also wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ein Unternehmen in Tokio eigentlich tausend Ladestationen hinstellen möchte. Und das ja anhand der Bürokratie mal wieder nicht funktioniert. Das Problem ist halt, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ist noch schlimmer als in Deutschland. Und das soll was heißen. Ja, aber ich hatte nur überlegt, weil du meintest, erstens wird es halt von den Autoherstellern nicht irgendwie groß breitgetreten oder halt gefördert. Nee, tatsächlich wurde es auch nicht. Ja, andererseits ist Japan halt deutlich näher an China drin als Deutschland. Und die kriegen halt auch mehr diese doch sehr fragwürdigen Meldungen teilweise von den Autobauern mit. Und wir in Deutschland haben das zum Beispiel nicht mitgekriegt, dass da ein Hersteller, der auch ganz groß promotet wurde, glaube ich, jetzt bei der EM auf den Bannern, dass der mehrere Rechtsstreite an der Backe hat, weil einfach mal so ständig irgendwelche Autohäuser abfackeln und irgendwelche Autos nicht das machen, was sie tun sollten. Ja, das tatsächlich eher weniger. Das Problem ist aber halt auch, dass die japanischen Autobauer extrem gepennt haben. Also die sind ja, haben zwar immer ein bisschen über Elektromobilität geredet, aber haben sich jetzt eigentlich erst so aufgerafft, so seit ein, zwei Jahren da tatsächlich auch mehr zu investieren. Es gibt aber trotz allen nur wenige Modelle in Japan. Und die sind übrigens auch Schweineteuer, muss man ja das sagen. Jetzt aktuell hat man dann gemerkt, oh, wie gesagt, China, böse. Also jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr tun. Und jetzt hat man halt begonnen, tatsächlich in den Markt zu investieren. Aber auch die Regierung muss halt mitziehen. Und da spielt das überhaupt keine Rolle. Also da wird zum Beispiel gar nicht über eine Ladeinfrastruktur gesprochen. Und die braucht man, weil ohne geht's halt einfach nicht. Ejo, die sind erst noch beschäftigt mit den Skandalen. Ja, genau. Die hat gerade anderes zu tun. Oh Gott, Hilfe. Ja, aber das werden wir dann sehen. So nach und nach wird jeder einzelne Domino-Stein umfallen und die Leute werden merken, oh, jetzt müssen wir was tun. Ja. Irgendjemand kriegt alle den Anstoß. Natürlich wird es immer ein bisschen spät sein, aber... Hoffen wir einfach, dass es nicht zu spät sein wird. Ja. Also den Klimawandel aufhalten werden wir nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Tatsächlich ein Zug, der mal gefahren ist. Wow. Hm. Das Kind ist in den Buch gefallen und wie man es auch nehmen will. Wir können jetzt nur noch hoffen, dass wir es nicht noch weiter verschlimmern. So, kommen wir mal zu einer... Also ich fand die Nachricht eigentlich eher lustig, weil ich mich immer noch frage, was das Unternehmen sich dabei gedacht hat. In Japan hat der japanische Einzelne Shimamura Babykleidung seiner Marke Birthday zurückziehen müssen, weil er für einen heftigen Shitstorm gesorgt hat. Ich glaube, das ist noch untertrieben. Ähm, er hat nämlich... Also das Unternehmen hat zusammen mit dem Künstler Ken Kagami eine Kollektion auf den Markt gebracht. Und dann hast du da so Socken gehabt mit der Aufschrift, Papa kümmert sich überhaupt nicht um mich. Oder ein Stirnband mit, Papa kommt immer viel zu spät nach Hause. Das fanden die Väter in Japan natürlich logischerweise nicht so lustig, ne? Ähm, das ist eher etwas für eine Kunstinstallation, aber nicht unbedingt etwas, was du im Laden verkaufst, sowas, ne? Ja, selbst das eigentlich nicht wirklich. Das Unternehmen sagt zwar, ey Leute, wir wollten jetzt hier nie irgendwie sexuelle Diskriminierung oder sowas fördern. Nein, 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 nein. Und das tut uns auch wahnsinnig leid und so weiter. Weil ich stelle mir halt so mich vor, ich sage mal Leute, habt ihr nicht nachgedacht vorher? Wie kommt man denn auf die Idee, sowas auf den Markt zu schmeißen? Nee. Also es ist ja Tatsache, Männer tun in japanischen Haushalten gerade Thema Erziehung sehr wenig. Es bessert sich, aber es ist aber noch sehr wenig. Und dann trotzdem bringt man sowas auf den Markt. Das ist doch nicht normal, also tut mir leid. Ja, also ich bin der Meinung, sowas hätte funktioniert in einer Kunstinstallation oder einer Ausstellung oder als Werk, weil es hat ja schon Gesellschaftskritik da drin, ne? Definitiv. Man kann es auch so sehen, dass es nicht nur das Problem, die Rolle des Vaters ist, sondern natürlich auch die Gesellschaft mit der Arbeitswelt. Aber wenn du den Kram dann verkaufst, ne? Ich kann mir das auch irgendwie nicht vorstellen. Das ist Babykleidung. Läuft das Baby dann tatsächlich mit einem Shirt rum, wo das draufsteht? Mhm. Oder ein Stirnband oder Socken oder T-Shirt. Also ein Stirnband ist ja schon ziemlich hart, weil normalerweise ziehst du dir nicht einfach so ein Stirnband an. Babys haben auch keine massenweise Haare, die sie zurückkalken müssen mit dem Stirnband. Also ich denke, das war eigentlich eine gut gemeinte Idee, aber man ist so dermaßen übers Ziel hinaus geschossen, dass man auf der anderen Seite wieder Hallo gesagt hat. Also das hätte man vielleicht anders angehen können. Wie gesagt, ich denke nicht, dass da irgendwelche bösen Absichten hinter waren. Das war einfach nur etwas. Ja, aber man hätte sich das doch denken können, dass das nach hinten losgeht. Also jetzt mal ernsthaft, wenn die Marketingabteilung nicht total aus Vollidioten besteht, dann hätte man sich das wirklich denken können. Ja, das ist provozierend. Das ist ja vielleicht lustig, das Denken, die sich hochkaufen, zum Spaß. Ich meine, vielleicht zu einer anderen Zeit, zum anderen Zeitpunkt hätte das vielleicht auch funktioniert. Aber ja doch, ich denke, dass es definitiv ein bisschen zu viel des Guten war. Ja, so könnte. Also den Postings bei X jemals Twitter zu folgen, ja, es war eindeutig zu viel des Guten. Wobei ich mich frage, hätte es genau so einen Aufruhr gegeben, wenn man versucht hätte, es andersrum zu machen, als wenn zum Beispiel draufgestanden hätte, Mama ist 24 Stunden für mich da. Wahrscheinlich nicht. Nein, das wäre ja als Kompliment. Das wäre tatsächlich eigentlich auch keine so schlechte Idee gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte man tatsächlich auch die Mühe der Frau mal gewürdigt. Ja, wobei das natürlich auch als Kritik angesehen werden kann. Die Mutti muss da 24 Stunden ackern und Vati, naja, der kriegt kein T-Shirt. Aber ich glaube, da wäre der Shitstorm nicht so groß gewesen. Deswegen ja, meine ich. Also man hätte es vielleicht mit umgedrehter Psychologie versuchen sollen. Also da ist man eindeutig ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Auch wenn es durchaus richtig ist. Aber die Idee war wirklich nicht so gut. Naja, jedenfalls hat man jetzt die gesamte Kollektion zurückgezogen und sich entschuldigt. Oder beziehungsweise man ist noch dabei, sich zu entschuldigen. Das wird auch wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Ja, da tut danach der Rücken weh. Äh, ja, definitiv. Und weil wir schon bei kuriosen Sachen sind, sagt mal Leute, ist euch das schon mal passiert, dass ihr eine Pizza bestellt und sie kommt einfach nicht? Oder kamen Stunden später und war eiskalt? Ja, ist mir schon passiert. Mehr als einmal. Also tatsächlich nicht so oft, aber es passiert. Es passiert nicht so oft, weil hier im Kaff-Land, ne? Im Kaff-Country, da kennst du halt jede Sau. Und ich kenne auch meinen Pizzalieferer persönlich. Und der würde das nicht machen, wenn er sich nicht mit der Ärger einheischen will. Also ich muss jetzt mal meinen Pizza bringen, den es loben. Ich werde ihn jetzt nicht per Namen nennen. Aber da kommt die Pizza kochend heiß an, weil der ist gleich um die Ecke und die ist super. Ja, auf jeden Fall in Japan ist es halt so, da fand ein Mann das gar nicht so witzig. Denn der hat sehr lange auf seine Pizza warten dürfen. Und hat deswegen Klage eingereicht und gesagt, ey Leute, das geht gar nicht. Das sind nämlich seelische Qualen. Und ja, da will ich gefällig Schadensersatz für haben. Und zwar mal eben so ungefähr ungerechnet 600 Euro. Okay, hat der Pizza zu seiner Hochzeit bestellt und deswegen seelische Qualen erleidet, weil er dann eine Stunde rumstehen musste mit seinen Gästen oder was? Also ich meine, ich verstehe, dass man frustriert ist und dass man sich auch beschwert und vielleicht auch durchaus sein Geld zurückfordert. Aber ich würde, glaube ich, nicht gleich vor Gericht ziehen. Das ist, glaube ich, ein klein Tick. Ja gut, also er hat ja erst mal, also folgendes ist passiert. Er hat im Dezember 2023 eine Pizza für eine Weihnachtsfeier bestellt, die er gemeinsam mit seinen Freunden veranstaltete. Und die Pizza ist halt mit 52 Minuten Verspätung geliefert worden. Das ist natürlich schon hart. Aber die Pizzeria wirkt halt eben mit einer pünktlichen Lieferung. Und das ist halt wirklich, das ist der Slogan schlechthin. Das kommt immer pünktlich und so weiter und so fort. Und er argumentiert halt, naja, dann ist doch wohl irgendwo logisch, dass das Unternehmen wissen muss, dass eine verspätete Lieferung erhebliche Auswirkungen haben kann, wenn man das halt eben verspricht. Ja, da hast du schon recht. Aber ich würde trotzdem noch nicht vor Gericht ziehen. Ich würde einfach noch mein Geld zurückfordern. Ja, ja, also ein versauter Abend. Jetzt, wenn wir mal sagen würden, sein Abend wäre dadurch auf jeden Fall versaut. Er hat Streit bekommen mit all seinen Freunden. Es ist gar kein Spaß mehr und alle waren hungrig und bla, bla, bla. Aber dann hast du definitiv einen Anspruch darauf, dass es dir verbietet wird. Aber kein Schmerzensgeld vor Gericht, sondern einfach, dass du halt den Kaufpreis zurückbekommst und vielleicht noch ein paar Gutscheine. Das war übrigens der Richter der ersten und zweiten Instanz genauso. Ja. Weil die sagen, also er unterstrich halt eben, dass die Verspätung von 30 Minuten durchaus normal ist. Aber alles darüber gar nicht gut und deswegen halt eben Schadensersatz. Und der Richter oder beide Richter sagten halt eben, äh, komm, nee, also das ist mal kein psychischer Schaden. Das ist doch Blödsinn. Ja, ja, aber irgendwie ist es auch eine schöne Geschichte. Weißt du, wenn dein Leben so, ja, also nicht so viele schlimme Sachen drin hast, dass eine verspätete Pizza für dich so der Gipfel von allen Ungerechtigkeiten ist, dann lebst du ein gutes Leben. Ja, es ist halt trotzdem so, ne. So First-World-Problems. Definitiv. Aber hey, wir müssen auch über so einen Blödsinn reden, oder? Ja. Es ist halt schon, ei, 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 ei. Ich meine, es ist ja irgendwie eine lustige, eine lustige Geschichte. Weil wie gesagt, einerseits hat der Mann ja jedes Recht dazu, wütend zu sein. Aber der ist halt auch wieder, wo wir gerade bei den Themen eben schon waren, halt ein kleines bisschen zu sehr eskaliert, ne? Ja. Dezent ausgedrückt. Übrigens hat er sein Geld für die Pizza zurückgehalten, ne? Na siehste, da wäre ich doch schon wieder glücklich gewesen. Vielleicht noch einen Gutschein zum Gutmachen. Ich meine, das ist in Deutschland so einfach, ne? Eigentlich, wenn du da dich irgendwo beschwerst, meistens, wenn es auch ein größerer Laden ist, dann ist das eine Sache, die recht schnell geregelt ist. Also, ja. Definitiv. So, äh, Japan hat ja vor noch nicht allzu langer Zeit das White-Heading eingeführt. Also sprich, man ruft halt eben eine Privatperson über eine App oder so und dann spielt sie halt Taxi. So, in Japan funktioniert das Ganze nicht so frei wie jetzt zum Beispiel hier, wo halt einfach, da gibt es den Sharing-Dienst, weiß nicht, Uber oder keine Ahnung. Und jeder kann da mitmachen, wenn er Bock hat. Nee, in Japan kümmern sich halt die Taxi-Unternehmen dafür. So, und jetzt ist es halt so, dass der liebe Digitalminister Taro Kono jetzt festgestellt hat, Leute, hier gibt es ein kleines Problem. Denn immer mehr Taxis in Japan geben sich als reserviert aus, um schneller auf Buchung über diese Apps zu reagieren und ihre Vermittlungsquote zu erhöhen, um eben mehr Geld zu bekommen. Okay, also White-Heading-Aufträge anzunehmen ist besser als einfach so ein Taxi? Ja, weil es eine Vermittlungsgebühr gibt. Aha. Aha. So, er sagte das Ganze halt eben in einer Rede, die wurde von einem Beamten verlesen, bei einer Sitzung des Rates zur Förderung der Verwaltungsreform. Da ging es dann halt auch eben da drüber. Und auch andere Politiker in dem Rat haben das halt eben bestätigt, dass sie das auch schon mitbekommen haben. Das ist natürlich eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, weil es geht ja darum, dass mehr Taxis zur Verfügung stehen, gerade im Touristenboom und eben nicht in weniger. Und dadurch stehen halt eigentlich weniger zur Verfügung. Ja, wenn du die ganze Zeit sagst, oh, ich nehme gerade keine Gäste an, ich warte auf ein Ride-Heading, weil es einfach mehr bringt, das ist nicht gut. Aber ja, das ist eigentlich schon klar, dass überall, wo so ein kleines verdammtes Schlupfloch ist, werden die Leute es früher oder später finden und ausnutzen. Ich würde gerade sagen, das ist wieder so ein perfektes Beispiel für, der Markt regelt schon, ne? Ja, der regelt das anscheinend ja wirklich sehr gut gerade. Nein, also man will jetzt nicht um das Problem kümmern, weil das ist natürlich ziemlich lästig. Hinzu kommt, dass die Fahrer, also die Ride-Sharing-Fahrer, Orte wie Bahnhöfe und Flughäfen, an Orten wie Bahnhöfen und Flughäfen keine Kunden mitnehmen dürfen. Das dürfen nämlich tatsächlich weiterhin nur Taxis. Auch das will man übrigens ändern, aber erst so will man das Problem mit der Reserviert lösen. Nein, ne, Jüde. Ja, wenn man sonst keine Probleme hat, macht man sich ja welche, ne? Ja. Aber echt. Gut, auch Taxifahrer wollen Geld verdienen, wenn es eine Möglichkeit gibt, die legal ist. Wobei man auch davon ausgeht, das könnte eventuell gegen das Straßenverkehrsgesetz verstoßen. Man ist sich da noch nicht ganz so sicher, das will man jetzt halt erst mal prüfen. Denn, ja, das ist halt natürlich für die Touristen allgemein oder überhaupt für die Menschen allgemein ein bisschen blöd. Also, wo gemerkt, mehr Kosten kommen jetzt dadurch eben, dass man diese Vermittlungsgebühr nochmal hat obendrauf. Die ist nicht so hoch, aber trotzdem muss man die halt eben als Kunde bezahlen. Und das ist natürlich schon blöd. Wie gesagt, es ist nicht illegal und ich kann es noch verstehen, warum man es macht, aber ja. Tja. So, kommen wir mal zu was Positiven, was die Regierung macht. Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Also, ich war auch sehr erstaunt. Nein, tatsächlich ist es so, dass die japanische Regierung Maßnahmen gegen Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung plant. Und zwar hat sich jetzt ein Gremium zusammengefunden, an dem alle japanischen Minister beteiligt sind. Und zwar als Reaktion auf das Urteil des oberen Gerichtshofs Anfang des Monats. Das hat ja entschieden, dass Zwangssterilisationen rechtswidrig sind. Und Premierminister Kishida versprach am 17. Juli, dass er sich eben bei dem Thema Diskriminierung, dass er da halt alle Regierungsstellen mit einbeziehen möchte. Und der Rat hatte jetzt seine erste Sitzung. Und das war übrigens genau am 8. Jahrestages eines Messermassakers in einem Pflegeheim, wo ein Mann Menschen mit Behinderung getötet hat. Also 19 Stück insgesamt. Und er begründete halt die Tat damit, dass Behinderte eine Belastung für die Gesellschaft sind. Das bekräftete er übrigens auch noch mal Jahre später in einem Interview. Und das Gremium soll jetzt dabei helfen, dass die Menschen im Land für das Thema Behinderung sensibilisiert werden. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Sache. Denn ja, behinderte Menschen haben in Japan hier und da gewaltige Probleme. Es bessert sich mittlerweile, aber die Diskriminierung ist immer noch sehr groß. Dieses Urteil ist echt weitreichender, als wir dachten. Wir haben es ja schon mal gelobt, weil sich tatsächlich dann wirklich die Politiker entschuldigt haben. Eine Sache, die man so sich nicht vorstellen konnte, weil es immer so stiefmüttelig behandelt wurde von der LDP. Und jetzt haben sie keine Ahnung Wahl. Jetzt das oberste Gerichtshof hat damit eine richtige Lawine losgetreten. Und zwar im guten Sinne. Ja, definitiv. Das ist auch zwingend erforderlich. Also es muss einfach sein, weil erstens, die Menschen können ja nichts dafür. Das halt befestigt. Keiner sucht sich aus, eine Behinderung zu haben. Und deswegen diskriminiert werden, nur weil man halt anders ist als andere. Das darf einfach nicht sein. Ja, dass das Japan da eigentlich ziemlich rückständig ist, das hatte man ja bei den letzten großen Wahlen gesehen. Ich glaube zumindest, dass es die letzten großen Parlamentswahlen waren, als halt eine Frau auch mit einer schweren Behinderung praktisch als Abgeordnete gewählt wurde. Und man festgestellt hat, upsie, das Parlamentsgebäude hat gar keinen behindertengerechten Zugang. Was machen wir denn da jetzt? Und dass das erst mal so ein Riesenproblem war, dieser Frau praktisch den Zugang zu ihrem offiziellen Job zu ermöglichen, das hat viele sehr überrascht. Also ich glaube auch viele unserer Hörer waren damals sehr überrascht. Ja, man muss aber auch dazu sagen, es gab auch im Nachhinein noch einiges an sehr diskriminierenden Kommentaren dazu. Weil da hieß es dann, dafür sollen keine Steuergelder verschwendet werden und so. Also die Frau, die wurde richtig heftig online gemobbt. Das war fürchterlich. Naja, es ist halt immer so mit Minderheiten, da kann man immer gut nach unten treten. Japan hat sich sehr bemüht zu den Paralympischen Spielen, weil da halt sehr viele Probleme aufgekommen sind. Beziehungsweise man hat die erst bemerkt. Also zum Beispiel hat auch, dass regelmäßig irgendwie blinde Leute auf die Gleise fallen an Bahnhöfen, weil man irgendwie vergessen hat, da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Oder halt auch von Autos überfahren werden, weil man sich denkt, ey, wir brauchen keine blindengerechte Ampel. Oder wir schalten sie einfach abends ab, weil man die Nachbarn nicht stören will. Was ich auch nicht verstehe. Weil, öh, wir drehen den Ton runter damit. Ja, na egal. Also, das sind ja so die kleinen Sachen. Also ich meine, es gibt ja noch viel, viel mehr Sachen, die Probleme sind. Ja, also, was sich zum Beispiel, was sich sehr stark verändert hat, ist, dass man sehr, oder die Bahnen vor allen Dingen daran gearbeitet haben, behindertengerechten Zugang, zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer, in den Zügen zu schaffen und so weiter. Es gab zwar immer schon Leute, die geholfen haben, aber mittlerweile hat man ja dann getestet, automatische Rampen und so ein Krams, um eben halt das Zugfahren zu erleichtern. Das ist schon ein Riesenschritt gewesen und hat für viele, viele Menschen das sehr, sehr, also das Leben sehr erleichtert. Und man arbeitet halt in allen Ecken und Enden da dran, aber es reicht halt eben nicht, wenn das gesellschaftlich nicht vorangeht. Und das möchte man jetzt halt ändern. Man möchte eben, dass die Gesellschaft sich ändert, dass die Einstellung sich ändert. Und man sollte vor allem bei dieser Diskussion immer dran denken, jeder kann plötzlich auf einmal auch behindert werden. Richtig. Das ist, ich denke, in 90 Prozent der Fällen kann es, auch wenn man jetzt gerade voll gesund ist, immer noch jemanden treffen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich brauche das nicht, warum soll ich das unterstützen? Vielleicht braucht man es in der Zukunft oder ein Familienmitglied oder vielleicht auch das eigene Kind. Und dann heißt es immer, oh ja, hätte ich vielleicht früher mal was getan. Es ist grundsätzlich immer was für die Allgemeinheit, wenn man das unterstützt. Also ich hoffe, dass diese Maßnahmen sich nicht einfach nur in Levitenlesen für die Bevölkerung ausübt. Weil wenn du halt Leuten mit dem moralischen Zeigefinger daher gehst, da bleibt nicht immer viel verhängen. Nein, aber was man machen möchte, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischengehe, was man machen möchte, ist vor allem die Bildung in der Hinsicht zu verstärken, dass man auch in der Schule das Thema anspricht. Und wo kann man am besten anfangen, eine Änderung zu erreichen? Bei den jungen Menschen, indem man sie halt sensibilisiert. Das könnte tatsächlich funktionieren. Es wird dauern auf jeden Fall, aber es ist ein guter Schritt. Und es ist auch wichtig, dass man es normal und alltäglich macht. Und das kriegst du am besten hin, indem du weiterhin alles behindertengerecht machst. Bei den Schulen und bei allen möglichen offiziellen und allen öffentlichen Sachen. Man muss die Menschen aus der Unsichtbarkeit rausholen. Genau. Und das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Und daher ist so ein Gremium, was eben ministerialübergreifend ist, unglaublich gut. Also es ist definitiv ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, wir wollen dann aber auch nur noch Ergebnisse sehen, ne? Ja, wir wollen auf jeden Fall. Nicht quatschen, machen. Ja, richtig. Also nicht, dass wir jetzt die Vorschusslorbeeren verschenken und da kommt nichts bei raus. Nee, 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 nee. So, Japan hat ja immer so das Problem mit dem Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Also sprich, es fehlt einfach an allen Econetten an Arbeitskräften. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich laut der neuesten Statistik oder neuesten Erhebung die Zahl der Stellenangebote in Japan auf den niedrigsten Stand seit 27 Monaten gefallen sind. Das behebt zwar durch den Arbeitskräftemangel, zeigt aber, dass eben die Lohnkosten zum Beispiel und halt auch andere gestiegenen Kosten so hoch sind, dass in allen Branchen die Zahl der offenen Stellen zurückgeht. Jo. Also gegenüber dem Vormonat ist die Quote für die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen um 0,01 Prozent gesunken. Das hört sich, wie gesagt, nicht viel an, ist aber schon wow. Und damit halt, wie gesagt, auf den niedrigsten Stand seit 27 Monaten. Die Zahl besagt übrigens, dass auf 100 Arbeitssuchende im Juni 123 offene Stellen kamen. Hm, aber da sieht man halt dran wieder, wie gefährlich irreführend Zahlen sein können. Weil du hattest Arbeitskräftemangel in massensiven Weise und jetzt soll er nicht mehr da sein, weil die Leute kein Geld hatten, Leute einzustellen. Ist halt natürlich nicht so. Es ist immer noch Arbeitskräftemangel, aber jetzt sind halt die Stellen nicht aufgeschrieben. Da muss man echt aufpassen. Das ist, also ich sagte ja, der Arbeitskräftemangel ist dadurch nicht behoben. Der ist immer noch da. Weil, also auf 100 Arbeitssuchende noch 123 Stellen sind also 23 Stellen, die man nicht besetzen kann. Aber trotz allen ist es halt eben so, die Zahl der offenen Stellen sinkt halt eben, weil die Kosten sehr hoch sind. Also Japan versucht ja mit Lohnerhöhungen eben die Inflation auszugleichen. Das Problem für sehr, sehr viele Unternehmen, gerade übrigens in der Dienstleistungsbranche, ist aber, dass sie ja auch höhere Kosten dadurch haben, die erst beglichen werden sollen. Also sprich, Lohnkosten müssen ja auch bezahlt werden. Und dann hat man ja noch allgemein höhere Kosten, weil Strom ist ja wie gesagt nicht umsonst. Produkte, die man braucht, sind ja auch nicht gerade umsonst. Da steigt ja auch der Preis. Und deswegen wird man halt verhaltener, was die Einstellung angeht. Ja, ist halt ein deutliches Zeichen dafür, dass die japanische Arbeitswelt ziemlich gebeutelt ist. Richtig. Wir hatten ja letztens schon darüber gesprochen, dass Japan eine Arbeitskräftemangel-Insolvenzwelle erlebt. Und das macht es hier nicht besser. Trotz allen arbeiten in Japan so viele Menschen wie noch nie. Ja, und zwar sind das 68,22 Millionen Menschen, die arbeiten. Das sind 370.000 mehr als im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit. Und damit die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken im Vergleich zum Vormenat um 3,3%. Auf 1,76 Millionen Menschen. Hauptgrund daran liegt, dass immer weniger Menschen ihren Arbeitsplatz freiwillig verließen oder sich eine neue Arbeit suchten. Interessant. Wo wir ja eigentlich erst kürzlich die Meldung hatten, dass eigentlich immer mehr Leute bereit sind, dazu ihren Arbeitsplatz zu wechseln, weil sie keinen Bock haben auf ... Die Bereitschaft ist tatsächlich auch immer noch da. Das Problem ist, die Angst ist groß, dass man wirtschaftlich nachher komplett am Boden ist, weil man nichts Neues findet. Junge, Junge, Junge. Ja, eigentlich sollte einen das aufregen ohne Ende. Wenn du siehst, es arbeiten mehr Leute als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem ist alles gebeutelt. Das ist ... Das hört sich positiv an. Und ich habe auch teilweise von einigen deutschen Medien schon sehr viel positive Berichterstattung darüber gelesen. Aber so positiv ist es halt nicht. Wenn man sich die Zahlen halt eben genau anguckt. Ja. Da brauchen wir echt viel Kontext. Bitte? Nee, da brauchen wir echt viel Kontext. Ja, definitiv. Man muss sich halt alles genau angucken und nicht nur die blanken Zahlen. Das bringt halt nicht sehr viel. So, kommen wir mal zum Thema Atomenergie. Denn da ist in Japan diese Woche einiges passiert. Also zu einem hat TEPCO jetzt angekündigt, man beginnt jetzt in diesem Monat mit der Bergung der Brennelemente aus Reaktor Nummer 2 des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Der Roboterarm ist fertig und wird jetzt gerade von der Atomaussichtsbehörde zertifiziert. Am 21. August soll der Greifarm in den Sockel des Reaktor Nummer 2 herabgelassen werden. Und dann wird erst mal testweise versucht, was zu bergen. Und ja, danach soll es dann richtig losgehen. Kleiner, also man muss sich das Ganze so vorstellen wie eine riesengroße Kran-Spielmaschine. Weil das ist im Prinzip eine 20 Meter langes, eine 22 Meter lange Stange. Und da unten ist ein Greifer dran. Und damit geht man jetzt halt eben, ja, Brennelemente bergen. Ja, also die brauchen auf jeden Fall etwas, das genauer ist als so ein einfaches Dräht, das du zum Beispiel beim Beladen von Schiffen benutzt. Weil das ist nur an Drahtseilen aufgehängt. Und dann wird einfach nur gezogen, dass sich dann unten der Arm schließt. Das geht hier nicht, weil dann bräuchte man keinen ganzen massiven Arm. Man muss das halt millimetergenau steuern. Das wird bestimmt eine langsame Angelegenheit. Aber man ist endlich fertig damit, weil das Ganze hat sich jetzt schon ein paar Mal verschoben, weil es immer wieder Probleme bei der Entwicklung gab. Und jetzt funktioniert das Ding endlich. Gleichzeitig hat aber auch diese Woche die japanische Atomaufsichtsbehörde das Wiederanfangen, das Reaktor Nummer 2 des Atomkraftwerks zu Ruga abgelehnt. Und damit dürfte das Kraftwerk eigentlich vom Tisch sein. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter bei dem Ding. Denn es ist so, es wird von vielen Experten vermutet, dass es eine, wie heißt es, aktive Störung oder Strömung oder irgendwie sowas unter dem Grabwerk verläuft. Also etwas, was halt Erdbeben sehr unsichert ist. Und der Betreiber, das ist die Japan Power, wenn ich mich gerade nicht irre, hatte ja schon mal Daten vorgelegt, die allerdings keinen wirklich wissenschaftlichen Wert hatten, um eben die wieder in Betriebnahme anzukurbeln. Weil das Kraftwerk ist für das Unternehmen wahnsinnig wichtig. Und ja, jetzt hat man halt eine Nachprüfung gemacht und gesagt, nee Leute, das wird nichts. Das Ding bleibt aus, also weg vom Netz. Okay, ist es diese Angelegenheit mit dieser geologischen Verwerfung, über die wir schon mal geredet haben? Verwerfung, das Wort habe ich gesucht. Genau, danke. Genau das Kraftwerk ist es. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil es ist nicht das einzige Kraftwerk, das von so einer Verwerfung bedroht ist. Richtig, aber hier geht man halt sehr stark davon aus und dazu kommt halt eben durch diese manipulativen Daten, die man halt ursprünglich mal abgegeben hat, ist man natürlich sehr vorsichtig, was das Thema angeht. Der Betreiber hat ja zwar angekündigt, dass man nochmal eine Nachprüfung haben möchte und weitere Daten einreichen will. Die Atomaufsichtsbehörde wird darüber auch nochmal beratschlagen, ob das tatsächlich stattfinden soll. Aber die Bewertung wird wahrscheinlich so bleiben und damit ist die, ja genau genommen, die Wiederinbetriebnahme eigentlich komplett vom Tisch, auch wenn es dazu noch eine offizielle Entscheidung geben wird. Aber es ist damit zu rechnen, dass das nicht mehr wird. Das Teil hat sich wohl erledigt. Okay. Wobei ich immer noch nicht drauf klarkomme, dass man tatsächlich versucht hat, irgendwelche mehr oder weniger gefälschten Daten zur Erdbebensicherheit beziehungsweise Erdbebenswahrscheinlichkeit abzugeben. Weil ich denke mir, Leute, das ist ein Atomkraftwerk. Wie kommt ihr auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, da irgendwelche halb hingerutzten Daten zu benutzen? Ja, man muss sich das so vorstellen so, Leute, schaut mal nach links, da seht ihr ein kaputtes Kraftwerk. Ja, können wir nicht sehen. Gibt's nicht. Fertig. Kann nichts passieren. Ist alles gut. Kraftwerke sind sicher. Nee, ist klar. Ich kapiere das auch nicht. Bei Fahrlässigkeit, bei solch einem Ausmaß, kommst du doch normalerweise auch vor das Gericht, oder? Nö, da tatsächlich nicht. Sie haben halt gesagt, ups, da haben wir halt nicht aufgepasst. Kein Problem, wir machen es noch mal neu. Nein, tatsächlich ist es so, dass man nicht von einer Fälschung oder so ausgeht, sondern eben, dass diese Untersuchung, die stattgefunden hat, keine wissenschaftliche oder technische Grundlage hat. Insofern redet man halt nicht offiziell von Datenmanipulationen. Solange die halt nicht vorliegt, ist es nicht strafbar. Sondern das ist einfach nur eine Untersuchung gewesen, die überhaupt sinnlos war, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja, deswegen hatte ich auch gesagt, weil die so schlampig waren, wird es ja eher unter so was fallen, wie halt so nachlässige Arbeit. Genau. Und das ist aber nicht immer so ohne. Nö, definitiv nicht. Wenn du nachlässig bist bei irgendwas, was Leben oder Infrastruktur bedrohen kann, dann kannst du dafür auch gleich mal vor einem Gericht landen. Aber es geht ums Geld. Also bitte. Das ist viel wichtiger. Echt jetzt. So, und die dritte Nachricht zum Thema Atomkrams ist, dass der Gouverneur der Präfektur Amori tatsächlich Japan erstes Atommüllzwischenlager genehmigt hat. Und zwar hat der gute Mann eine Sicherheitsvereinbarung mit der Küstenstadt Mutsu und dem Betreiber der Anlage unterschrieben. Und es ist übrigens so, um die Bedenken der Einwohner zu verstreuen, äh, zerstreuen, nennt man die Anlage ein Zwischenlager. Und man erhebt sogar eine Steuer auf das gelagerte Material, um damit regionale Produkte zu finanzieren. Denn die Einwohner sind, oder viele Einwohner sind sehr skeptisch und sagen halt, Leute, das wollt ihr uns doch jetzt nicht erzählen, das wird doch garantiert ein Endlager. In Japan hat schlicht und ergreifend kein Lager. Das muss man auch sagen. Also Atommüll wird ja derzeit immer in den Kraftwerken gelagert. Und man hat jetzt halt wirklich die Befürchtung, na toll, wenn das Ding steht, Prost-Mahlzeit, das wird dann definitiv ein Endlager werden. Oh, ja, okay. Das ist jetzt vielleicht nicht unberechtigt, die Angst. Aber das ist, das ist so ein lange und groß angelegtes Unterfangen, dass es echt schwer zu sagen ist. Ich meine... Nee, eigentlich gar nicht. Und tatsächlich ist es so, Japan sucht ja momentan noch einen Standort für ein Endlager. Man ist da aber noch nicht wirklich weit. Das haben zwar schon mittlerweile drei Gemeinden gesagt, ja, hier könnt ihr mal prüfen bitte, weil die Prüfung spürt ihnen halt Geld rein. Aber so wirklich begeistert ist man darüber halt auch nicht. Und es steht noch gar nicht fest, ob überhaupt ein Atommüllendlager gebaut werden kann. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Und wenn man dann jetzt so ein Zwischenlager hat, dann sagen wir mal ehrlich, würde mich das nicht wundern, wenn man sagt, ja gut, ja, vielleicht mal so in 100 Jahren oder so. Und dann kann man das Ding auch als Endlager bezeichnen, weil das ist im Prinzip ein Endlager. Aber das sind so massive Zeiträume. Ich meine, selbst dieses Zwischenlager ist jetzt erst mal auf 50 Jahre Lagerung angesetzt. Und in 50 Jahren kann so viel passieren. Ja, vor allen Dingen Erdbeben und sonstige Katastrophen. Ja. Also die Befürchtung ist durchaus verständlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, es ist natürlich schön, dass jetzt Geld in die Gemeinde gespült wird, weil das braucht die Küstenstadt definitiv. Aber wir reden hier von einem Tochterunternehmen von TEPCO, ne? Das sollte man nicht vergessen. Und TEPCO ist ja bekanntlich nicht unbedingt gerade so vertrauensverwecken, wenn das, was das Thema Atom angeht. Ja, ist etwas sehr schwierig, das Thema, ne? Mhm. Von daher, ouch. Eieieiei. Aber ja, es ist trotzdem ein erster Schritt, ne? Das erste ist doch das erste Atomzwischenlager, oder? Bisher gab es keine anderen Zwischenlager. Es wurde alles in den Reaktoren gelagert. Genau, es ist tatsächlich das aller, allererste. Hm, okay. Bewegung, Fortschritt. Oder, ja, zumindest ist es Bewegung. Naja, es passiert zumindest mal etwas, weil es ist, glaube ich, auch nicht so gut, das Zeug unbedingt gerade direkt in den Kernkraftwerken zu lagern. Denn wenn was passiert, dann verschlimmert das das Problem nur. Ja. So, äh, letztes Thema für heute. Wir hatten ja schon zum Thema Väter etwas. Jetzt haben wir nämlich noch was. Denn, ähm, laut einer offiziellen Umfrage der japanischen Regierung genahmen sich 30 Prozent der japanischen Arbeitnehmer im Geschäftsjahr 2023 Vaterschaftsurlaub. Und das ist ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr und stellt ein Rekord dar. Oh, nice. Naja, so nice ist das nicht. Wird das aber doch ganz schön wenig, wenn ich ehrlich bin. Also man muss dazu sagen, seit April 2022 verpflichtet die japanische Regierung Unternehmen ihre Beschäftigten über Vaterschafts- und Mutterschaftsurlaub zu informieren und zu bestätigen, ob sie den in Anspruch nehmen wollen. Sie müssen dann konkret nachfragen. Ähm, das wird übrigens, äh, den nächsten noch verschärft. Denn ab April 2025 müssen Unternehmen mit mehr als so einer Beschäftigten konkrete Ziele festlegen und öffentlich bekannt geben, wie viele Angestellte pro Jahr diesen Urlaub beanspruchen. So, jetzt kommen wir zum Negativen. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass vor allem bei den großen Unternehmen, äh, die Leute eher im Vaterschaftsurlaub nehmen, äh, gehen, bei den kleinen Unternehmen eher nicht. Grund, man geht davon aus, dass die kleinen Unternehmen das einfach schlicht in der Grafik gar nicht leisten können. Ach, na, dieselbe Leier wie immer, ne? Jo. Und man ist noch sehr weit weg von dem 50-Prozent-Ziel, das man im nächsten Jahr erreichen möchte. Aber immerhin haben wir uns in den letzten Jahren schon ordentlich gesteigert. 30 Prozent ist schon recht beeindruckend für japanische Verhältnisse. Das stimmt allerdings. Also, um es kurz zu erklären für die, die es nicht wissen. Ähm, es gibt sehr häufig das Problem, äh, ich möchte gerne im Vaterschaftsurlaub gehen und schwupps ist man der Verräter, äh, im Betrieb. Weil, äh, da muss ja jemand anderes das übernehmen, das geht ja gar nicht. Und das hat einen ganz, ganz schlechten Ruf gehabt. Das löst sich tatsächlich mittlerweile, ähm, und sorgt halt auch dafür, dass, äh, Väter die Möglichkeit bekommen, sich um Kinder zu kümmern. Äh, kleiner Funfact am Rande. Leider sagen Statistiken auch, selbst im Vaterschaftsurlaub kümmern sich die Väter, äh, äh, oder nur wenige Väter tatsächlich um den Nachwuchs. Äh, sie sind dann einfach erst mal nur zu Hause. Aber sie sind zumindest mal da. Ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Ähm, trotz allem ist es halt so, ähm, dass gerade, wie gesagt, in kleineren Unternehmen das Problem immer noch besteht. So, hey, ich möchte Vaterschaftsurlaub nehmen. Und dann bist du halt der Verräter sofort. Und es gab auch schon, was es gab schon, es gibt immer wieder Fälle, dass halt, ähm, jemand sagt, ja toll, ich bin im Vaterschaftsurlaub gegangen und war auf einmal mein Job los. Und die Angst, den Job zu verlieren, die ist unheimlich groß. Das heißt also, ob die Quote im nächsten Jahr weiter steigt, ist fraglich anhand der Inflation und so weiter. Und gerade bei kleineren Unternehmen wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Da geht man halt auch, äh, von aus, äh, von der Regierung her. Weil einfach, ähm, ja, es wahnsinnig schwierig ist. Ja, ich versuche das gerade mal so mit Deutschland zu vergleichen. Aber, äh. Deutschland ist das kein Problem. Ja, aber trotzdem, die, äh, die Verhältnisse sind ähnlich groß. Also, wenn du guckst, wie viele, äh, von den Müttern dann in, äh, Urlaub gehen, ne, in Japan, dann ist es schon das Vielfache, das viele Mehrfache von den, äh, Vätern. Und das ist in Deutschland genauso. Und ich glaube sogar, der Abstand ist größer. So viel Mutterschaftsurlaub, wie hier angenommen wird, da kommen die Väterschaft, äh, nicht mit in Deutschland. Nein, natürlich, äh, das gibt's auch. Aber die Bereitschaft hier ist, oder es ist nicht ganz so schlimm, du bist nicht sofort der Verräter im Unternehmen. Ich glaube, das wird's wahrscheinlich auch vereinzelt geben, ja. Aber in Japan ist es natürlich, äh, äh, also deutlich katastrophaler, was das hier macht. Ich meine, es sind halt 30 Prozent, das ist wirklich nicht viel. Ja, aber trotzdem, im Vergleich zu dem Umfeld, wenn man's dann, äh, gleich setzt, dann ist es schon ein ziemlicher Anstieg. Trotzdem, Widerstand, den man hat. Richtig, man merkt eine Veränderung. Und die ist auch wahnsinnig wichtig, weil, man muss ganz ehrlich sagen, es darf ja nicht immer nur alles bei der Frau kleben bleiben. Ja, ja. Punkt, ne. Mann war auch beteiligt, soll sich Mann gefälligst kümmern. Fertig, muss, äh, naja. Aber gut, dazu muss Frau auch vernünftig den Stand in der Gesellschaft haben. Und da hängt ja aber noch ein bisschen hinterher. Man arbeitet dran, aber das ist noch ein langer Weg. Man ist stetlich bewüßt, sagt man mal so rum. Naja, also es gehört ja zu den Maßnahmen, ähm, der, äh, Erhöhung der Geburtenrate, die in Japan ja bekanntlich gewaltig im Keller ist und Tendenz leider weiter sinkend. Dass man halt eben sagt, okay, äh, wenn wir das hier regeln, dann ist die Bereitschaft, ein Kind in die Welt zu setzen, natürlich größer. Es kann jetzt gut sein, dass es der allergrößte Brandherd ist in dem Thema, weil, äh, ja. Man liest so oft davon, dass eigentlich alles für die Frau bereitsteht, aber sie es nicht machen, weil sie dann halt wirklich schlecht behandelt werden auf der Arbeit. Im Sinne von wegen, du bist nicht juridisch gegenüber dem Unternehmen. Also, was wollen wir mit dir anfangen? Ja, gut. Also, die ungeschriebenen Gesetze sind viel wichtiger als teilweise, als die beschriebenen. Diese Diskriminierung kennen wir in Deutschland übrigens auch. Ja. Ähm, warum wird Frau, nee, also sie können wir nicht einstellen, sie kriegen ja ein Kind, äh, oder können ja ein Kind bekommen. Das wird natürlich nicht laut gesagt, aber, ähm, solche Gedanken, äh, gibt's halt immer. Ja, aber es. Ja, da gibt's immer diese ganz interessanten Fragen, sowas wie, haben sie Familienplanungen oder so? Das ist dann immer so, ja, ja, ne? Ja. Schräg 17, das ist theoretisch nicht verboten, das darf nicht jeder fragen. Man darf dich bloß nicht direkt fragen, ob du Frau hast, irgendwie Kinder zu bekommen. Und dann wundert man sich über einen Fachkräftemangel, ja, wie sollen dann Fachkräfte auch nachwachsen? Äh, sorry, erstens brauchen sie ein bisschen Zeit und zweitens müssen die Möglichkeiten dafür auch da sein. Ich meine, wir haben ja ähnliche Probleme wie in Japan. Kinderbetreuung ist bescheiden, vorsichtig ausgedrückt. Und das Problem ist halt, Kinder haben in der Gesellschaft einen sehr schlechten Ruf, weil sie sind halt laut, dreckig und so weiter und so fort. Sie sind halt Kinder, ne? Ja, genau, sie sind Kinder, das ist so das größte Problem der Kinder wahrscheinlich. Ähm, und dann gibt's natürlich noch Problem Nummer drei, was passiert, wenn der Mann weg ist? Weil, dann hat ja nicht der Mann die Schuld. Nein, 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 in vielen Köpfen hat tatsächlich die Frau die Schuld, weil sie den Mann nicht halten konnte. Was übrigens der größte Blödsinn ist, wenn ich das mal nebenbei sagen darf. Ähm, und dann kommen halt finanzielle Probleme dazu. Ähm, weil Kind ist teuer, man muss sich um ein Kind kümmern, ähm, ist man halt dann auf einmal eine alleinerziehende Mama, dann ist das Problem noch größer. Ähm, es ist halt nicht so einfach. Und das Ding ist halt klar, es ist schon mal schön, Vaterschaftsurlaub zu fördern, um halt auf Frauen zu entlassen, wenn Männer das dann auch wirklich tun. Wie gesagt, Statistiken sagen leider was anderes. Aber es löst halt immer noch nicht die Grundprobleme oder die anderen Probleme, die halt da sind und eben auch dafür sorgen, äh, dass die Geburtenrate nicht stärkt. Man sollte vielleicht alle Probleme langsam in Angriff nehmen, aber viele Dinge werden gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, die deckt man überhaupt nicht. Mhm. Na gut, klar, wenn die Gesellschaft jahrelang so ausgelegt ist, ja gut, Frau an den Herd und kümmert sich schon und so weiter und so fort, äh, Mann geht halt arbeiten, versorgt Kind, ist logisch, dass das sich dauert, bis es sich ändert. Aber, naja, in Japan ist das Kind wirklich sehr tief in den Brunnen gefallen, wenn ich das heute nochmal sage, kriege ich einen Schreikrampf. Okay, dann gucken wir mal an die Zukunft. Die Regierung hatte immer noch das Ziel, so eine 50-Prozent-Quote zu erreichen. Sollte im nächsten Jahr nicht funktionieren. Nee, also so schnell geht's nicht, ob's überhaupt geht. Mal hoffen, mal drauf. Aber trotz allen, die Geburtenrate wird weiter sinken. Muss man leider, leider ganz ehrlich sagen. Ja, nee, das ist so ein träger Behemoth, das ist ein riesengroßes Ding, das kannst du nicht einfach umkehren. Nö, vor allem, weil das in jedem Land ähnlich ist. Japan ist einfach nur schneller als an anderen Ländern, aber das, was in Japan passiert, erleben wir hier auch. Es dauert halt noch ein paar Jahre, aber dann sind wir auf dem gleichen Level. Weil, pff, entweder kannst du es dir nicht leisten, oder du musst dich halt eben was Eigenes kümmern oder willst, halt einfach nicht, weil das Risiko so groß ist. Insofern, ich kann's verstehen. Und außerdem, äh, ganz ehrlich, die jetzt ein Kind in die Welt setzen wollen, bei den Verhältnissen? Äh. Das denke ich mir nämlich auch die ganze Zeit. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wir sind genug durchgespitzt. Wenn mir jetzt einer von euch sagt, dass ihr eine Klimaanlage habt, dann kriege ich übrigens Schreikrampf, ne? Noch nicht, aber sobald ich einen habe, werde ich dich informieren. Ich hase dich jetzt schon. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, wir wünschen euch eine sonnige, aber trotzdem angenehme Woche, also nicht zu sonnige Woche. Äh, das hört sich jetzt auch gut komisch an. Wir wünschen euch keinen Regen, aber es soll auch nicht zu warm werden, so ganz einfach. Äh, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf summikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten folgt uns, wo ihr uns immer folgen könnt. Denkt dran, wir haben am Freitag immer noch den Anime-Podcast mit Miki und Matze. Und wir haben, äh, jetzt am Sonntag oder am Montag ein Special für euch. Wir haben uns nämlich mal mit dem deutschen Organisationsteam, ähm, der, äh, des Pavillons für die Weltausstellung in Osaka unterhalten. Da haben wir vor allen Dingen mal drüber geredet, wozu eigentlich überhaupt noch eine Weltausstellung. War wahnsinnig interessant, ähm, können wir euch sehr empfehlen. Das, ähm, kommt, wie gesagt, Sonntag oder Montag, das wissen wir noch nicht ganz genau, aber ihr werdet ja eh informiert, wenn ihr uns abonniert habt. So, also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.